Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo für euch. Ihr seht das schon, wir sind immer noch mitten im Umzug und es wird sich auf die nächsten Tage hier nicht ändern. Dementsprechend ein nicht so schöner Video-Hintergrund, aber um den Hintergrund soll es heute gar nicht gehen, denn ich habe eine wichtige Information für euch bezüglich mir Pakete zuzuschicken. Und dann wünsche ich ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und wir legen direkt nach dem Intro los. Genau, wie ihr es schon im Titel sehen könnt, gibt es Informationen zu einer Packstation, denn auch ich bin mittlerweile endlich stolzer Besitzer einer Packstationskarte. Das heißt, ihr könnt mir in Zukunft Pakete zukommen lassen, da mich auch viele immer gefragt haben, ob sie das nicht irgendwie machen können, aber man als YouTuber natürlich nicht seine Privatadresse rausgeben möchte, was ja auch vollkommen verständlich ist, habe ich mir jetzt tatsächlich endlich mal eine Packstation zugelegt. Alle Informationen zur Packstation findet ihr unten in der Infobox. Und ja, dann könnt ihr mir quasi ab heute, ab dem Start des Videos, Pakete zukommen lassen. Die müssen allerdings mit DHL verschickt werden, also Hermes geht da nicht. Aber weitere Informationen findet ihr dann in der Infobox, wie gesagt. Und dann dürft ihr uns, mir, Bacon, allen möglichen Leuten dürft ihr dann Pakete zuschicken. Und, ähm, genau. Wie gesagt, die Adresse der Packstation, ähm, ist unten in der Infobox. Und falls sich da mal eine Adresse ändert oder so, falls wir mal irgendwie umziehen oder so, dann, äh, werdet ihr dann nochmal ein gesondertes Video bekommen. Aber die Packstation, die ich euch jetzt unten reinschreibe, die ist auch, bis mal ein extra Video kommt oder ein, nochmal ein Update zur Packstation, auch definitiv das, äh, ja, das Aktuellste für die Packstation. Genau. Das war die kurze Information, wie gesagt, ganz, ganz, ganz kurz zur Packstation. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch einen super schönen, tollen Tag, abends, wann auch immer ihr das Video schaut. Und ich freue mich schon über eure ganze Post und über eure Pakete. Und, äh, genau. Dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.